Sogenannte Sparklines sind vereinfachte Grafiken, mit denen sich Trends besonders gut darstellen lassen. Sie lernen in diesem Modul, wie Sie mit Excel 2016 eine Sparkline einfügen. Innerhalb der Spalte I möchte ich auf diesem Tabellenblatt in diesen weißen Zellen jeweils eine solche Sparkline, also eine Trendlinie, darstellen. Ich beginne mit meinem ersten Trend und zwar für die grünen Zellen in der Zeile 3. Es handelt sich um Importzahlen in den Jahren 2011 bis 2015. Ich wähle diese erste weiße Zelle durch einen Klick aus und um nun hier eine Sparkline einzufügen, klicke ich oben im Menüband auf das Register einfügen und finde dort etwas weiter rechts eine Werkzeuggruppe mit dem gleichnamigen Titel, nämlich die Sparklines. Ich kann hier aus drei verschiedenen Typen von Sparklines wählen. Ich beginne zunächst mit dem Typ der Linie. Ich klicke diese Option an und so öffnet sich ein neues Fenster. Hier muss ich angeben, welchen Datenbereich ich als Trendlinie darstellen möchte. Um den Bereich auszuwählen, klicke ich auf dieses Symbol mit dem roten Pfeil und wähle bei gedrückter linker Maustaste die Zellen C3 bis G3 aus. Danach füge ich durch einen Klick auf den roten Pfeil hier diesen Datenbereich ein. Als zweite Angabe müssen Sie natürlich den Positionsbereich angeben. Das heißt, die Zelle, wo die Sparkline dargestellt werden soll, das ist hier die Zelle I3, automatisch werden dabei die Zellbezüge blockiert. Ich klicke nun auf OK und Sie sehen, in meiner ausgewählten Zelle erscheint nun also eine Linien-Sparkline. In der nächsten leeren Zelle möchte ich die orangefarbenen Exportzahlen hier darstellen und zwar ebenfalls mit Hilfe einer Sparkline. Ich wähle die Zelle aus und klicke dann oben im Menüband auf die Schaltfläche einfügen und wähle in diesem Fall nun eine Säulen-Sparkline. Auch hier muss ich wieder den Datenbereich angeben, welchen ich darstellen möchte. Alternativ kann ich das auch hier direkt über die Tastatur. Es handelt sich um den Bereich C6 bis also Doppelpunkt G6. Als Positionsbereich ist auch hier wieder meine ausgewählte Zelle, nämlich I6, angegeben und blockiert und ich klicke auf OK, um diese Säulen-Sparkline einzufügen. Sofern Sie mit einer Sparkline einen Trend darstellen möchten, in dem auch negative Werte vorhanden sind, empfehle ich Ihnen, ganz genauso wie eben schon, eine Zielzelle auszuwählen, wo die Sparkline eingefügt wird und danach auf die Schaltfläche einfügen im Menüband zu klicken und hier können Sie unter den Sparklines auch direkt eine Sparkline zum Darstellen von Gewinn und Verlust auswählen. Ich klicke diese Option an, wähle auch hier wieder einen Datenbereich über diese Schaltfläche aus. Es handelt sich um die gelben Zellen hier, C9 bis G9, füge den Datenbereich ein. Als Positionsbereich ist die Zelle I9 angegeben und klicke ich auf OK, wird automatisch eine Gewinnverlust-Sparkline eingefügt. Um eine Sparkline wieder zu entfernen, wählen Sie die Zelle aus, die die Sparkline enthält und klicken mit der rechten Maustaste darauf, um daraufhin im Kontextmenü unter den Sparklines die Option Sparkline löschen auszuwählen, zu erkennen anhand des Radiergummis. Sie haben damit in diesem Modul gesehen, wie Sie mit Excel 2016 eine Sparkline erstellen.